hallo hier ist der martin von moneymonkeys das ist die DAX Analyse für nun dienstag den 17.09.2024 und unser DAX hat ganz tief durch geatmet wir hatten uns ja gestern so ein bisschen ich glaube gar nicht auf der ebene unterhalten sondern hier eher mehr reingeschaut dass unser DAX ja durchaus da noch mal ein bisschen luft holen dürfte wenn er hier oben in die 760 800 rein stößt 745 775 haben wir gesagt ja das sind so jetzt die knackpunkte an denen sich wirklich ein bisschen bein ausbrechen kann dass er von dort auch noch mal runter drücken kann dass das auch okay wäre wenn er da noch mal runter drückt hat er nun aber gar nicht gemacht hat das eigentlich ja eher negativere szenario angeschnitten und sich vom start weg direkt um die 670 gedrückt und unter 670 hat man gesagt dass dann 600 die nächste und wenn die nicht hält haben wir gesagt geht das dann zack 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 relativ schnell auch tiefer auf die 18 500 und dann eben auch wieder zurück auf die 440 420 335 und so weiter und so fort was hat er jetzt gemacht hat sich zum start tief runter gedrückt die 600 erreicht und hat dann da aber wirklich auch stellung bezogen also hat die den ganzen tag über verteidigt und eben nicht nach unten durchgegeben zunehmend eine flagge aufgebaut und dann hat man schon bei uns im update reingeschrieben dass ich deswegen noch nicht abschreiben würde dass er vielleicht zum abend hin dann die 670 nach oben noch mal umklappt und versucht ein neues tages hochzusetzen denn diese art und weise wie er diesen montag gestellt hat haben wir die letzten wochen schon mal öfter gesehen ja das den ganzen tag eigentlich so rumeiert und dann am abend doch noch neues tages hoch setzt und das als solches von der bewegungsform her lässt ihm jetzt natürlich wieder raum nach oben das heißt wir können die komplette leier von gestern einmal replay noch mal neu ablaufen lassen und uns an dax hier das gleiche programm jetzt noch mal noch 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 mal neu vorkauen ja wir haben jetzt wieder die 745 775 hier vor der brust wir haben wieder die möglichkeit über 800 in die übertreibung reinzugehen ja dass sich dann einfach ein bisschen mehr aufmacht richtung 880 980 und so fort ja dass er wieder an das alte hoch an kann er muss halt diese 775 800 rauskriegen und so weiter ja er dürfte sogar genau das machen was wir gestern beschrieben haben nämlich die 775 750 hier 67 einmal anstoßen und von dort noch mal zurücksetzen bis gut und gerne auch 700 das wäre überhaupt nicht verboten selbst 670 von oben noch mal anzulaufen wäre nicht verboten würde jetzt hier noch ein passen anschließend wieder hochdrehen weitermachen soweit im programm kümmer 1 1 zu mitnehmen brauchen wir also gar nicht viel zeit verlieren das alles durchzukommen haben wir gestern schon gemacht bewegungsbild bewegungslage somit ihr positiv ja durch das insbesondere neue tages hoch haben wir schließen mit einer grünen tages kerze auch wenn sie jetzt als hammer ein bisschen an einer komischen stelle steht ja können gleich noch mal tageschart reingucken dennoch wird es positiv werden der markt hat die schwäche die am morgen rein gebracht hat direkt wieder ausgeglichen bekommen für mich wäre jetzt als signal insbesondere da ist deswegen weil wir auch ein hoch gesetzt haben hier jetzt die nicht mehr 670 ausschlaggebend nach unten sondern die 600 ausschlaggebend nach unten ja sollte der wieder wie am montag schon tief rein starten wäre dann die 600 definitiv der anlaufpunkt und wenn die 600 unterboten bekommt macht er sich den platz bis zu 500 frei und das dürfte auch relativ gut klappen weil da ist nicht viel das klastert sich hier schön also liegt somit schlüssig drauf unter 600 platz in die 500 bricht die 500 geht es auf die 420 zurück geht 420 auf geht es hier komplett die ganze pute zurück und da kann man auch wieder einen tageschart zurückspringen da haben wir gestern schon ein bisschen über dieses weitere bild gesprochen ach nee halt jetzt bringst mit dem webinar durcheinander ne haben wir gestern hier nicht drüber gesprochen ja also auf der perspektive würde unser dax hier runter drehen und dann eben auch die 400 und so weiter nach unten reißen stünde eben ein neues tief ran und dann könnte man auch über eine 200 tage linie reden ja generell dem dax hier unten raus einfach ein bisschen raum geben wenn er jetzt aus der situation von einem neuen hoch weg jetzt hier ein tieferes hoch stellt und abdreht ist so jetzt noch nicht passiert könnte aber eben ein unterbieten von der 600 jetzt am dienstag einleiten und ihn weiter nach unten treiben tut er das aber nicht bleibt er über der 600 bleibt im positiven bild bleibt im aufdrehen und würde dann wieder in diesen long trigger reingreifen den die seminarteilnehmer aus dem frankfurt seminar hier reingemalt haben und wäre dann der letzte trigger der nach abzuarbeiten gilt der erste war glaube ich dass dann der dann der beide ziele erreicht auch oben unten erreicht jetzt wäre quasi noch ausstehend hier einmal oben raus zu schieben und er steht quasi direkt dran ja also das ist wirklich in ein zwei tagen hier direkt erreichbar könnte wieder an die oberkante anspringen und sich beweisen jetzt war natürlich ultra ruhig ja ganz geringer umsatz für eine große verweils woche wir haben große verfall jetzt diese woche am freitag echt ungewöhnlich ja also eigentlich sind die wochen relativ sportlich und da wird sich hin und her gepeitscht und richtig auf die fresse gehauen das ist noch dolle verhalten gewesen weiß nicht ob man hier wirklich auf die fed am mittwoch wartet hat heute jemand im chat schon geschrieben bei uns oder was auch immer auf jeden fall ist verfall diese woche da darf noch was erwartet werden also so ruhig wie jetzt wie können wir vielleicht vorstellen dass am dienstag noch mal so ruhig bleibt ja aber man könnte sich das schnell ändern und er fängt hier mittwoch donnerstag noch mal richtig an zu schnaufen ja und deswegen passt auf ein kleiner tipp von mir nehmt keine verlustposition einfach über die tage mit dann passiert es euch auch nicht dass ihr aus einer dringlichen situation in einen notfall reinrutscht ja also wer dann in so einem event oder in so eine wie soll ich sagen wenn man auf dem verfall zu schon vorher in der scheiße sitzt und die kiste fängt sich an zu beschleunigen und das läuft dann gegen ein dann geht das richtig in die hose halt ja und das beste was man dagegen machen kann ist eigentlich vorher sicherzustellen dass man noch gar nicht in der scheiße steht ja und dass einem das richtig um die ohren fliegen kann deswegen gut aufpassen und schon mal gedankt euch ein bisschen darauf vorbereiten hier kann noch spannung reinkommen die woche oben wie unten das ist das nichts ausgeschlossen ja stand hier kann man kann man hier noch nicht freuen ich würde oben leichten vorteil aussprechen einfach aufgrund der bewegung des bewegungsweilen des flachen seitwärts des aufdrehen des abdrehen der dynamischen bewegung von unten hoch leichten vorteil nach oben aber saisonal betrachtet es ist september halt ne also september monate statistisch betrachtet rote monate tiefrote monate und er fuchtelt hier am monatshoch fast rum von daher also ich habe ja wir haben ja im webinar auch am sonntag so ein bisschen übergeordnet besprochen wo so meine idee hingeht was passieren kann aber gucken mal also für den dienstag jetzt da noch nichts relevant in die richtung wir haben hier noch kein umkehrsignal drin wir haben wir noch nichts was uns richtig nach unten anschiebt aber so ein unterbieten von 600 könnte so ein erster kleiner baustein sein kommt der aber nicht wie gesagt ich würde oben raus erstmal noch ein bisschen laufen lassen ein paar leute auspeitschen haben wir da nichts dagegen halt dann können wir das pferd nach unten später auch noch reiten freunde ich belasse es dabei wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann haben wir uns morgen wieder bis dahin tschüss